Hallo Jule. Hallo. Jule, ich muss heute Abend auf den Geburtstag und ich habe zu Hause ganz viele Pullover und ganz viele Hosen und ganz viele Paar Schuhe und ich habe keine Ahnung, welche ich zusammen anziehen soll. Hast du eine Idee, wie wir ganz schnell herausfinden können, welches Outfit das Beste ist? Nein, keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der uns bei der Frage weiterhelfen kann. Wir besuchen heute mal meinen Freund Pippo. Kennst du schon meinen coolen Freund Pippo? Pippo ist ein Clown und ein richtiges Mathe-Genie. Mathe ist sein Lieblingsfach und er kann Mathe echt gut. Sag mal Hallo, Pippo. Hallo. Pippo, sag mal, was kannst du denn schon alles in Mathe? Ich kann eine ganze Menge. Plus rechnen, Minus rechnen, geteilt rechnen, mal rechnen. Aber am liebsten mag ich das zählen. Das zählen? Was zählst du denn alles? Naja, alles Mögliche. Autos, Gummibärchen, Stifte. Dann zähl doch mal die Stifte in deinem Federmäppchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Boah, toll. Magst du unseren kleinen Zuschauern denn mal erklären, wie du das genau gemacht hast? Aber klar doch. Pippo kann's. Man hat zum Beispiel einen Behälter, wo was drin ist. Hier war es also ein Federmäppchen, wo Stifte drin sind. Und dann nimmt man den ersten Stift und das ist die Zahl 1. Den Stift legst du dann zur Seite. Dann nimmt man den nächsten Stift und das ist die Zahl 2. Den Stift legt man dann auch zur Seite. Dann nimmt man den nächsten Stift und das ist die Zahl 3. Den Stift legt man dann auch zur Seite. Und dann nimmt man den nächsten Stift und das ist die Zahl 4. Den Stift legt man dann auch zur Seite. Und dann nimmt man den nächsten Stift und das ist die Zahl 5. Den Stift legt man dann auch zur Seite. Das ist ja toll, Pippo. Danke. Aber was ist, wenn ich eine Riesenkiste voller Stifte habe? Ja, da zählst du dann genauso. Aber Pippo, das dauert doch ewig. Hm, da hast du recht. Aber man kann das auch einfacher machen. Man muss nicht jeden Stift einzeln zählen. Man kann auch Päckchen machen. Päckchen? Du meinst die Stifte in Pakete packen? Ja, so ähnlich. Du hast zum Beispiel 1, 2, 3 Päckchen und in diese legst du jeweils 10 Stifte. Dann hast du 10 Stifte im ersten Päckchen, 10 Stifte im zweiten Päckchen und 10 Stifte im dritten Päckchen. Und dann alle Stifte zählen zu können, rechnest du ganz einfach 3 mal 10 und kommst auf 30 Stifte. Das kann man dann natürlich auch mit mehreren Päckchen tun. Boah, Pippo, du Mathe-Genie. Das ist ja dann super einfach, ganz viele Dinge ganz schnell zu zählen. Sag mal, wenn du so schlau bist, dann kannst du mir bestimmt weiterhelfen bei noch einem Problem. Ich habe gestern so ein Wort gehört, das ich nicht verstehe. Also, es hieß kombinieren. Aber klar doch, Pippo kann's. Beim Kombinieren muss man ganz gut zählen können. Also, ist Kombinieren das gleiche wie zählen? Nicht ganz. Ich erkläre dir das mal an einem Beispiel genauer. Wir sind doch heute Abend auf einem Geburtstag eingeladen. Du willst was Cooles anziehen. Such dir aus deinem Schrank deine zwei coolsten T-Shirts, deine zwei Lieblingshosen und zwei paar coole Schuhe aus. Jetzt musst du dich so oft umziehen, bis du weißt, was am besten zueinander passt. Das nennt man dann kombinieren. Kombinieren ist, wenn wir jetzt schauen, wie oft du dich umziehen müsstest. Komm, ich mach dir das mal vor. Und? Hast du mitgezählt, wie oft ich mich umgezogen habe? Oh, nee, hab ich jetzt nicht. Schau, ich zeig dir alle Outfits nochmal. Ah, das sind sechs, sieben, achtmal. Du hast dich achtmal umgezogen. Oh Mann, das ist ganz schön oft. Geht das auch schneller? Aber klar doch. Pippo kann's dir zeigen. Man kann das auch ausrechnen. Das musst du einfach mal rechnen. Versteh ich nicht. Na, bei den T-Shirts hast du zwei Möglichkeiten. Bei den Hosen auch zwei und bei den Schuhen auch zwei. Wenn du jetzt wissen willst, wie viele verschiedene Outfits du anziehen kannst, rechnest du die zwei T-Shirts, mal die zwei Hosen, mal die zwei Schuhe. Du kommst jetzt auf acht verschiedene Outfits. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Echt cool und echt einfach. Haben unsere Zuschauer das auch verstanden? Wenn du es verstanden hast, dann können wir ja zusammen noch ein Beispiel rechnen. Du wolltest doch heute Abend mit dem Fahrrad von deiner Schwester zu deinem Geburtstag fahren, oder? Ja, weil meins hat einen Platten. Okay. Deine Schwester möchte, dass du einen Zahlenschloss benutzt, wenn du ihr Fahrrad benutzt. Hast du einen Zahlenschloss? Ja, diese zwei hier. Sehr gut. Und welches willst du nehmen? Weißt du, welches sicherer ist? Keine Ahnung. Finden wir es heraus. Das linke hat drei Ringe. Das rechte hat vier Ringe. Bei den drei Ringen kannst du die Zahlen von 1 bis 6 einstellen. Bei den vier Ringen kannst du die Zahlen 1 bis 4 einstellen. Was denkst du, welches Schloss ist schwerer zu knacken? Hm, keine Ahnung. Genau wie bei unseren Lieblingsoutfits müssen wir herausfinden, wie viele verschiedene Möglichkeiten es nun gibt, die Zahlen miteinander zu kombinieren. Das heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich, einen Zahlencode für das Schloss zu wählen? Okay, ich bin gespannt, wie du das jetzt ausrechnen willst. Genau wie mit deinen Lieblingsoutfits. Schauen wir uns zuerst das Schloss hier an. Es hat drei Ringe, bei denen man die Zahlen 1 bis 6 einstellen kann. Wenn man ausrechnen möchte, wie viele verschiedene Zahlencodes wir einstellen können, rechnen wir sechs Möglichkeiten für den ersten Ring, mal sechs Möglichkeiten für den zweiten Ring, mal sechs Möglichkeiten für den dritten Rang und kommen auf... 216 Möglichkeiten, beziehungsweise Codes. Das sind ja ganz schön viele. Sehr gut, ja, das stimmt. Wie ist es denn beim zweiten Schloss? Also, da haben wir vier Ringe und die Zahlen 1 bis 4. Wir müssen rechnen, vier Möglichkeiten für den ersten Ring, mal vier Möglichkeiten für den zweiten Ring, mal vier Möglichkeiten für den dritten Ring, mal vier Möglichkeiten für den vierten Ring. Da kommt man dann auf... 256 Möglichkeiten. Welches Schloss ist also das sicherere? Das mit den vier Ringen, weil ich da ja viel mehr Möglichkeiten habe. Jemand, der versucht, das Schloss zu knacken, müsste 256 Codes ausprobieren. Das dauert ganz schön lange. Dann nimm heute Abend das Schloss mit den vier Ringen mit. Wow, Pippo, du hast es echt drauf. Danke, danke. Und falls du wieder Fragen hast, frag mich. Pippo kann's. Aber jetzt fahren wir erstmal auf den Geburtstag. Los geht's! ken- Untertitelung des ZDF, 2020